Hi Leute und herzlich willkommen zu Starcraft 2. Ja, bei der letzten Folge war ich auf Rang 3 oder 2, weiß ich jetzt nicht. Nicht mehr. Heute bin ich auf Rang 8, wo ich den ganzen Tag lang nicht online war. Das ist Mist. Mist, Mist, Mist. Schlipp. Wie oft bin ich gestorben? Wie viel habe ich gewonnen? 18 Mal Niederlagen und 25 Mal gewonnen. Ach Gott. Ich muss wieder kommen. Das ist immer so ne Sache. Echt mal. Was ist denn das hier? Warum bin ich hier? Achso. Mann. Gegen Terran. So. Na, jetzt. Gegen Terran spielen. Ja, das ist ja nicht so. So. Mach gleich dahin. So gucken, dass er jetzt gleich guckt. Ah, scheiße. Macht er nicht. Hab zu spät reagiert. So. Ich werde ihn zu machen hier vorne. Da komm. Super. Ah, Terran, Terran. Ich weiß auch nicht, wenn ich gegen Protosspieler, dann weiß ich nicht. Bin ich total Noob dagegen. Ich weiß auch nicht, warum. So. So, er ist doch schon mal zugebaut. Das ist schon mal wichtig. Ja, los, komm. Schnell versuchen zu bauen. Ja. Ja. BWF-Einsatz bereit! Michelin, mein Geld! Lesen, der Bus! Okay, schon gefunden. Ich hab schon gefunden, gut. Mist, Mist, Mist. Echt Mist, der hat schon ganz früh angefangen zu bauen hier. Ich kann's kaum noch, Herr Barth. Wah, heilten, schlechte Neug? Wah, heilten, Lichter! Wow. Oh, komm. Mach da nicht wahr, was? Ja. Schlechte Neuigkeiten? Juhu, Überstunden! Meine Güte! Schlimm. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ja gut, okay, er macht das so. Ach, what the fuck. Was mache ich denn da? Viel Mist. Ich brauche wieder die Bus. Los. Hm. Das müsste erstmal reichen. Hier komm. Den. Hallo. Ach Gott. So. Und du gehst schon mal hier hin? ich brauche noch eine base, ich brauche noch eine base, komm, go, 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 go ich habe ziemlich früh gebaut, das könnte vielleicht ein Nachteil für mich sein es wäre echt schlecht, wenn das für mich einen Nachteil gäbe dann würde ich das verlieren los, komm, go, 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 aber jetzt mal ein bisschen schneller eigentlich, ja, ja, das habt ihr zu machen, ihr Blöden na komm, alle guten Dinge sind drei guter nicht komm, einmal hin, dann habe ich jetzt mal Ruhe so, ich brauche jetzt erstmal wieder 100 mal, sieh mal, sieh Einmal das und einmal diesen Schild und ich mir was aushalte. Alles, komm. Dafür brauche ich zweimal. Ne, einmal und einmal so. Mist, Mist, Mist. Äh, meine Flughafens kommen jetzt her. Und noch ne Festung hier, sowas. Stim-Pack. Schwierig, schwierig, schwierig. Na, ich brauche so'n Mischmarsch, das versuche ich jetzt gerade. Hier gemischt Marines und Marauders. So, das müssen wir wechseln, das reicht jetzt erst. Jetzt brauche ich erstmal die Autos. Diese Helium. Helium? Helium. Genau. Die Autos. Dann brauche ich noch VfA. Machen wir in die Hölle Eis. Gleich knallt. WBF Einsatzbereit. WBF Einsatzbereit. Button. So. Davon noch eins. Lockert. Egal. Ach, die hab ich komplett vergessen. No, what the fack. So. Oh oh. Ich werde zumachen hier. So. Ich brauche nicht so viel hier. Ich brauche ins Gesamt 4 und dann 4 Meter. So. Machen wir in die Hölle eins. Feier und Blumme. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Ich kann losgehen. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Es kann losgehen. Ich werde schnell schicken, dass sie dann mehr... Oh, der hat nur Marines gebaut, das war ziemlich dumm. Und ich habe gewonnen! Juhu! Jetzt war ganz viele Base gebaut, dass er dann, sag ich mal, auch mehr Materialien hatte, aber, wie ihr gesehen habt, hat es für ihn nichts gebracht, weil er nur Marines gebaut hat. Er hat alles andere gebaut, außer Soldaten. Das war Mist. Oh, jetzt bin ich schon auf vier. Ohlala! Ich war auf eins, eins, eins und danach Silber. Sehr gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Sheminji.